So hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man eine Big Mac Rolle zubereitet. Wir haben schon die Keto Pizza gemacht und jetzt machen wir die Keto Rolle. Naja, so halb Keto auf jeden Fall. Ich habe hier alles vorbereitet, was wir dafür brauchen. Und das erste, was ich machen werde, ist... Boden krümeln. Das erste, was ich machen werde, ist den Teig. Den Teig für eine Big Mac Keto Rolle macht man eigentlich ganz einfach. Ich mache die doppelte Menge, aber man braucht in der einfachen Menge 3 Eier, 100 Gramm griebenden Käse und 250 Gramm Magerquark. Da kann ich aber die doppelte Menge an allem machen, nehme ich 6 Eier. Und ich mache die doppelte Menge, um 2 Rollen machen zu können, aber das seht ihr dann ja noch. So, Ei 1, Ei 2, Ei Nummer 3, Ei Nummer 4. Faszinnig wie die Keto Pizza, nur mit dem Unterschied, hier kommt kein Mehl rein, also auch kein Mandelmehl oder so. So, 1 Nummer 4. 1 Nummer 6. Raus. Ok. So 6 Eier. Ich werde es mit dem Ende waschen. So, dann kommen wir als nächstes, die 500 Gramm Magerquark rein. Da ist Packungs-Recycling. Ich finde es ja gut, wenn du es an einem Stück rauskommst. Dann musst du nicht so in den Becher rumkratzen, das hilft nicht immer. Und dann kommen ja eigentlich, also bei der doppelten Menge, 200 Gramm geringer Käse rein. Aber da die Packung eine Größe hat von 250 Gramm und man den Käse halt sonst ewig hat und nicht mehr benutzt, und dann füge ich den ganzen Käse da rein. So. Das wird jetzt mit einem Löffel verrührt. Eine ganze Weile. Bis dann man sowas, naja, wie sagt man, dass man eine homogene Masse hat. Also bis alles gut miteinander vermischt ist. So. Der Teig ist jetzt, sieht jetzt so aus. Sehr massig auf jeden Fall. Bevor ich den jetzt in den Backofen mache oder so, bereite ich gerne alles andere zu, weil sonst ist das alles so stressig für mich. Für die Soße. Weil da kommt ja quasi so eine Big Mac Soße rein, die ist gar nicht so schlecht. Die besteht aus, in der Grundform, zwei Teelöffeln Ketchup, einem Teelöffel Senf und zwei Esslöffeln Naturjoghurt. Da ich ja immer die doppelte Menge mache, beziehungsweise bei der Soße halt gerne sowieso noch ein bisschen mehr, nehme ich jetzt zwei Esslöffel Ketchup. Also zwei Teelöffel sind für mich so ähnlich wie ein Esslöffel. Aber ich hätte ja gerne etwas mehr. Also nehme ich jetzt zwei Esslöffel Ketchup. Wer es ultra Keto Low Carb mäßig haben will, kann ja auch zuckerfreies Ketchup nehmen. Oder Tomatenmark geht auch. Gibt bisschen Wasser. Dann kommt jetzt halt quasi ein Teelöffel Senf rein. Aber ich nehme dann jetzt einfach einen ganzen Esslöffel ungefähr. Ich kann euch jetzt noch den Trick 3000 zeigen. Wenn man so wie ich bei diesen Packungen immer nur so irgendwo rumquetscht, dann hat man ja hier am Ende immer noch Senf übrig. So. Weißt du, wir sehen so nicht. Und dann mache ich immer folgendes. Kann man jetzt sehen. Ich nehme diese Packung Tube Senf und ziehe die einmal so über die Tischkante. So. Und einmal so lang. Und dann drückst du den ganzen Senf nach vorne. Und jedenfalls, jetzt kommt noch, ich hatte ja gesagt, ich glaube zwei Esslöffel Naturjoghurt oder so. Wir haben noch griechischen Joghurt im Kühlschrank und den benutzen wir ansonsten für nichts. Deswegen nehme ich den dafür. Und dann nehme ich einfach die ganze Packung. Also in meinem Fall. Wie gesagt, das kann man natürlich auch alles bisschen variieren. Aber das hat, ich habe das schon ein paar Mal so gemacht. Und die Mengen waren so eigentlich echt ganz okay. Könnte man sagen. Also das war eine gute Menge an Soße. Und so mache ich das halt generell. Also man kann ja auch, wenn man sowas gar nicht mag, könnte man ja auch eine ganz andere Soße nehmen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Chili-Sauce, süß-saure Soße. Aber dann wäre es wahrscheinlich keine Big Mac-Rolle mehr. Und das mische ich jetzt halt auch einmal durch. Dass ich dann gleich die Soße schon fertig habe. Und dann machen wir uns gleich an den nächsten Stück. Jetzt wo ich die Soße und so fertig habe, gebe ich den Teig auf ein Backblech. Das seht ihr ja jetzt, aber man streicht es nur so drauf. Er teilt den Luft. Und der kommt dann bei 180 Grad Umluft oder Ober-Untertitel, soweit ich weiß, für 20 Minuten in den Backofen. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich genug habe für beide Backbleche. Da ich ja die doppelte Menge gemacht habe. Und es dann ja auch zwei Backbleche verteilen möchte. Das ist halt so ähnlich bisschen hier, als würde man so einen Pizzateig verteilen oder so. Könnte man vielleicht fast sagen. Ich gucke dann schon, dass ich den komplett hier auf einem ganzen Backblech verteile. Der muss auch gar nicht so ultra dick verteilt werden. Das seht ihr dann aber später auch noch, weil der Nervenaufreibens-Gepart kommt natürlich noch. Das Ganze ist ja keine Pizza, sondern eine Rolle. Das heißt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, bei dem wir das Ganze rollen werden. Aber auch das kriegen wir den Schwuch. Ganz bisschen. Und dann gucke ich gleich mal, wie viel ich aufs andere Backblech kriege. Das ist nämlich immer eine besonders schwierige Nummer, wenn ich beide machen will. Ich habe nämlich das Monument, das nehme ich so. Ungefähr so, stelle ich mal beiseite. Ich habe nämlich ein Backblech und ein Grillrost. Und dann roste ich, der rutscht das immer ganz schön in diese Rillen rein. Wegen der Schwerkraft halt vor allem auch. Das heißt, ich muss dann immer gucken, dass ich das auch nicht zu lange stehen lasse. Dann den Teig. Ich glaube, das kann ich auch noch ein, damit er nicht durchsickert. Jetzt, wo ich alles rausgekratzt habe, verteile ich das hier. Man könnte sich fragen, warum das so griselig aussieht. Das liegt am Käse. Bei der Keto-Pizza kam ja das Ganze ganz kurz in die Mikrowelle, aber hier ist das nicht so. Falls man sich fragt, welcher geriebene Käse, da gibt es keine genauere Angabe. Also ich habe, was habe ich denn genommen? Gouda oder so, glaube ich. Aber man kann prinzipiell... Ich weiß nicht, ob ich den Parmesan auch nehmen könnte. Oder vielleicht sogar noch besser wäre, weil der quasi dünner gerieben wird, also feiner. Aber so... Es wird dann eine Keto-Rolle mit etwas dickerem Teig vermutlich. Aber hier sieht man es, wie es dann reinrillt. So, jetzt kommt jetzt schnell in den Backofen. Das kommt oben hin. Ähm... Vorsichtig... So... Das kommt unten hin. Also 180 Grad. Umluft ungefähr 20 Minuten. Und in der Zeit kann man jetzt, was ich schon getan habe, fast alle anderen Zutaten vorbereiten. Ähm... Was ich nämlich jetzt noch machen werde als nächstes, also das muss man nicht im Detail filmen. Also... Ähm... Aber ich rate noch... Ich rate noch... 500 Gramm... Ähm... Kann man unterschied... So... So machen wie man... Man kann... Niemand weiß, warum ich jetzt so lache. Aber auf jeden Fall... Ähm... Oder... Hähnchen... Brustfilet... Oder so... Keine Ahnung... Auf jeden Fall... Soll man das... Man soll das Hackfleisch so lange anbraten, bis es so krümelig mäßig ist. Also... Ich mach lecker auf jeden Fall. Schu... 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 ja auf jeden fall mal eine sehr feuchtige angelegenheit diese sachen wir nehmen jetzt welche nehmen wir dann zuerst vielleicht ein bisschen dunkel an manchen stellen aber so ungefähr sieht die jetzt aus das internet würde jetzt sagen lassen sie die big mac rolle abkühlen aber ich bin davon absolut kein freund weil der salat ist kalt gerade die geschichte maschine geräusche der salat ist kalt die soße ist kalt ich habe immer die erfahrung gemacht ich habe immer die erfahrung gemacht dass die big mac rolle ultra schnell ultra kalt wird das heißt ich lasse sie nicht abkühlen sondern ich mach gleich weiter ich lege hier schon mal... moment moment nichts hier ich habe mich gerade gewundert was da so raus macht hier das ist noch an die platte ist noch so halb heiß äh... so... warte mal also jetzt wo wir an einem neuen ort sind wo nicht gleich alles brennt ich kann das mal hier auflassen ähm... kommt jetzt hier erstmal... Soße drauf wäre doch richtig auch wie bei einer pizza so... manche leute würden ja sagen man soll nicht zu viel nehmen so aber ich mag die sehr gerne und deswegen geiz ich auch nicht gerne äh... ja doch ich geize nicht gerne damit das heißt die kommt überall... bisschen drauf... so... man muss auch gucken dass ich genug habe für die andere rolle... so... als nächstes kommt Hackfleisch obendrauf... da muss ich dann auch gucken dass ich genug für beide Rollen habe... stimmt was so die Mengen angeht mal abgesehen von Hackfleisch und Soße und so... im Internet findet man dazu Angaben... ähm... also auch eine Menge Salat und so... und... man würde könnte sagen dass ich viel zu viel Belag in diese Rolle gebe... aber ich mag das so... ja die hält da nicht sonderlich gut zusammen... aber ich finde das irgendwie so besser... jetzt muss ich mal gucken... noch bisschen... so... jetzt kommen da... ziehen sie eine Karte... jetzt kommen da vier Scheiben Schmelzkäse rein... oder? ähm... man könnte natürlich auch andere Käse nehmen und nicht unbedingt den Käse... bei dem manche Leute sagen würden das ist doch gar kein Käse... ähm... aber... ich benutze den sehr gerne... ich lege den dann immer... so... hier hin... eigentlich... würde da... würden da Big Mac Rollen mäßig auch noch saure Gurken... reinkommen... aber... wir hatten im Kühlschrank nur noch eine saure Gurke... das heißt... ich hab ähm... hier rein geschnitten... aber es ist sehr wenig saure Gurke... dafür hab ich... Moment... dafür hab ich... hier Salat gewaschen... also... vielleicht das Mische Tomaten... hab ich auch gemacht... und man findet hier noch... günzige Stücke saure Gurke... das heißt... ich misch das einmal so durch... so ein bisschen... ein bisschen... die Teele ich gleich auch... und dann... und da würden auch Leute sagen... ich nehme viel zu viel... aber dann mach ich hier alles voll mit... Salat... und wie gesagt... immer gucken... dass ich dann noch... genug hab für die andere Rolle... es ist gar nicht so einfach... dann quasi so die Hälfte abzuschätzen... aber ich würd sagen... so ungefähr... und dann... Moment... dann kommt noch mal... Dressing obendrauf... so ein bisschen... einmal hab ich das vergessen... aber jetzt mach ich das wieder... deswegen nehm ich halt auch gerne... ein bisschen mehr... damit sie nicht so geil sind müssen... so... und jetzt kommt der... nervenaufreibendste Part... das Zusammenrollen der Rolle... ich mach das... dann immer so ungefähr... dass ich... ähm... hier das erstmal so... einrolle... warte... 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 nicht kaputt gehen... so... und dann noch roll ich die... deswegen nehm ich... wobei es geht eigentlich... weil ich roll die dann manchmal... auf ein anderes Backpapier drauf... aber jetzt hab ich... aber jetzt hab ich... zwei Backpapiere... die... die schlechte Präsentation... aber... so sieht... warte... meine Rolle aus... und jetzt... könnte man... davon ein Stück abschneiden... was wir jetzt gleich machen werden... und dann sieht man sie nochmal... dann schauen wir jetzt mal... ob man die Rolle auch schneiden kann... ist gar nicht so einfach immer... wie gesagt... wenn man sie nicht so dick macht... kann man sie auch besser zusammenrollen... und dann... natürlich auch einfacher... äh... dann ist sie rolliger... und weniger... so das gefühlt... alles wieder rausfällt... also... so ungefähr... so... überverfrachtet... und hier kann man... den Inhalt der Rolle sehen... hier... und da auch... da sieht man... ne saure Gurke... das Dressing... den Salat... bisschen Hackfleisch... so... und dann sagt der Profi... ja... ja... und so mache ich die Big Mac Rolle... ähm... und ich belege jetzt noch die andere... im Backofen... und... das war's... schreibt mir... gerne auch... in die Kommentare... ob ihr... auch schon mal eine Big Mac Rolle gemacht habt... und wir sehen uns im... nächsten Video wieder... auf ihr da sehen... scht... scht...